Als ich bei Viehmann anfing, hatte ich keine Ahnung, was für Möglichkeiten ich habe. Mir war überhaupt nicht klar, wie viele Aufstiegschancen es da eigentlich gibt. Wie viele Türen sich da plötzlich auftun können. Also ging es los. Vom Azubi zum Optiker. Von der Meisterschule, dann quer durch Niederlassungen in ganz Europa. Heute bin ich Fachtrainer in der Viehmann Akademie auf Schloss Plön. Hier zeige ich meinen Azubis jeden Tag, welche Wege sie gehen können.